Ja, da bin ich mal wieder und spiele euch jetzt mal ein Lied, was ich im Kindergarten aufgeschnappt habe. Die Kinder saßen da und sang dieses Lied und ja, komischerweise könnte ich sich solche Lieder immer ganz besonders toll merken. So, gleich sofort. Und das Lied heißt Auf dem Donnerbalm. Und das möchte ich euch jetzt mal vorspielen. Das geht so. Auf dem Donnerbalken saßen zwei Gestalten und die schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Dritte, der setzt sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Vierte, der sich gleich blamierte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der die Nase rümpfte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Sechste, der alle gleich verhexte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Siebte, als der Balken wiegte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Achte, der in die Hosen machte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Neunte, als die Scheiße schäumte. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Zehnte, der brachte das Ersehnte, Klopapier.